Guten Tag, ich bin Polizeihauptkommissar Uwe Müller. Hier ausgewählte Presseinformationen der Polizeiinspektion Eisenach aus der Zeit vom 31. Mai bis 08.06.2011. Audi beschädigt. Am 31. Mai 2011 gegen 10.15 Uhr hatte ein Audi-Fahrer seinen Pkw in der Bahnhofstraße in Eisenach auf dem Parkplatz abgestellt. Als er ihn gegen 18 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte am Pkw-Audi Sachschaden von ca. 2000 Euro hinterlassen und sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Unfallflucht. Kunstbanausen Unbekannte haben in der Zeit vom 2. Juni 18 Uhr bis 4. Juni 2011 11 Uhr am Kunstpavillon in der Wartburgallee dort aufgestellte Skulpturen beschädigt und Teile davon entwendet. Einige beschädigte Teile konnten unweit der Ausstellung durch die Polizei aufgefunden werden. Dem Eigentümer entstand durch die Tat ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Die Polizei suchte in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können. Vermutlich zu Himmelfahrt zu tief ins Glas geschaut. Unbekannte Flieger Flieger Am 5. Juni 2011, gleich nach Mitternacht, beobachtete ein Gast auf dem Parkplatz des Bowling Centers in Eisenach in der Kasseler Straße, wie ein jüngerer Fahrer seinem Fahrzeug die Sporen gab, sodass die Räder durchtreten. Dabei wurden Schottersteine vom Parkplatz aufgewirbelt und gegen einen dort geparkten Pkw Peugeot geschleudert. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den eingetretenen Schaden zu kümmern. Es ist zu vermuten, dass der junge Mann diesen Unfall gar nicht mitbekommen hat. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich vermutlich um einen Renault Kangoo handeln. Der Schaden wurde mit etwa 700 Euro angegeben. Daher sucht die Polizei auch hier Zeugen des Unfallherganges und fragt, wer hat den Unfall gesehen? Wer kennt das Fahrzeug bzw. den Fahrzeughalter? Einbruch in Schreibwarenladen Zu einem Einbruch in einem Wohn- und Geschäftshaus kam es in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 2011 zwischen 1 Uhr und 7.45 Uhr in der Eisenacher Johannesstraße 16. Unbekannte Einbrecher beschädigten die Hintertür des Hauses und betraten durch diese den Laden. Aus dem Geschäft wurden verschiedene Schreibutensilien sowie andere Artikel entwendet. Der eingetretene Gesamtschaden vom Diebesgut sowie der Sachbeschädigungen an den Türen wurden mit mehreren Tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Einbruches und fragt, wer hat verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im Bereich Johannesstraße oder angrenzenden Straßen in der angegebenen Zeit beobachtet? Kind bei Unfall leicht verletzt Bei einem Auffahrunfall am 6. Juni 2011 gegen 13.50 Uhr in Eisenach in der Theemannstraße wurde ein Kind leicht verletzt. Eine 39-jährige VW-T4-Fahrerin befuhr mit mehreren Kindern im Kleinbus die Ernst-Theemann-Straße. Ein vor ihr fahrender Pkw wollte auf den Netto-Parkplatz einbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Auch die T4-Fahrerin hielt an. Dies bemerkte wiederum ein hinter ihr fahrender VW-Caddy-Fahrer zu spät und prallte auf den Kleinbus. Dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Es klagte über Kopfschmerzen. Ein hinzugezogener Arzt konnte das Kind aber nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause entlassen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Frau überschlug sich mit ihrem Caddy. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 6. Juni 2011 gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Stettfeld und Hörschel. Aus bisher unbekannten Grund kam eine 45-jährige Eisenacherin mit ihrem VW-Caddy etwa 300 Meter vor der Abfahrt Hörschel in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts, anschließend dann nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr eine Böschung hinunter und stieß nach ca. 34 Meter gegen einen Straßendurchlauf. Das Fahrzeug wurde in die Höhe geschleudert, überschlug sich und kam nach ca. 13 Metern auf dem angrenzenden Feld auf der Beifahrerseite zum Liegen. Bei diesem Unfall wurde die Eisenacherin schwerst verletzt. Sie wurde in das St. Geo Klinikum gebracht und anschließend in die Uniklinik Jena geflogen. Nach Auskunft der Ärzte ist ihr Zustand weiterhin kritisch. Der VW hatte nur noch Schrottwert und auch der Straßendurchlauf ist stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit über 10.000 Euro angegeben. Hinweise zu allen oben vorgestellten Fällen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 2610 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen. Wir danken für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen eine sorgenfreie Woche. Ihr Polizeihauptkommissar Uwe Müller Ihr 겁 schwierig macht их. Untertitelung des ZDF für Gitter auf breathing. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.